Ich glaube, ich kann mit ziemlich großer Sicherheit sagen, dass ich noch nie so gespannt war, in welche Richtung sich das Pokémon-Franchise entwickelt wie jetzt. Mit Pokémon Strahler, Diamant, Leuchtender Perle und Legenden Arceus haben wir gleich mehrere Spiele, die zur Sinnoregion erscheinen und auch wenn ich weiß, dass die alle auch auf Kontroverse stoßen, stehe ich dem Ganzen im Kern doch relativ positiv gegenüber. Zumindest wenn es um Pokémon-Legenden geht. Ich bin ehrlich mit euch, mich interessieren die Remakes nicht wirklich. Ich habe Pokémon Platin hier und wenn ich es zocken will, tue ich es einfach und aus diesem Grund werde ich mir die Remakes auch nicht kaufen. Aber darüber möchte ich heute eigentlich gar nicht mit euch reden. Demnächst wird zu den Remakes noch ein eigenes Video kommen, aber heute möchte ich mich einzig und allein auf das Spiel konzentrieren, was mich seit der Ankündigung nicht mehr loslässt. Denn Pokémon-Legenden hat in meinen Augen das größte Potenzial der Pokémon-Spiele seit langem. Das Problem ist nur, dass es das Potenzial hat, zu einem der besten, allerdings auch zu einem der absolut schlechtesten Pokémon-Spiele überhaupt zu werden. Jedes Mal, wenn ich über dieses Spiel nachdenke, fallen mir die ganzen Möglichkeiten ein, die man mit diesem Setting umsetzen könnte. Aber für alle, die noch nicht wissen, was Pokémon-Legenden überhaupt ist. Es handelt sich dabei um ein Open-World-Action-RPG-Pokémon-Spiel. Es spielt in einem frühzeitigen Sinnoh und es ist unsere Aufgabe, den ersten Pokédex zusammenzustellen. Dabei ist es uns möglich, die Region zu erkunden und uns einen von drei Staten als Begleiter für unsere Reise auszusuchen. Und das ist schon das Erste, was mich einfach nicht loslässt. Zur Auswahl stehen uns Feurigel, Baut und Otaro. Wir haben aus drei komplett verschiedene Generationen jeweils einen Starter zur Auswahl, was es noch nie gab. Im Trailer wurde erzählt, dass diese Pokédexen von einem Professor aus anderen Regionen hergebracht wurden, was daraus schließen lässt, dass man diese nirgendwo anders im Spiel finden kann. Das ist nämlich interessant, da man die eigentlichen Starter aus der Sinderregion ganz normal antreffen kann. Und wenn man genau darüber nachdenkt, macht das eigentlich auch am meisten Sinn. Es wäre vermutlich ziemlich merkwürdig, ein Spiel im früheren Sinnoh spielen zu lassen und einem nicht die Möglichkeit zu geben, die Pokémon, die Spieler zu den Starter-Pokémon für jeden neuen Trainer werden, in der Wildnis anzutreffen. Aber die Frage ist, wie weit dieses Konzept genommen wird. Im Trailer hat man bisher nur Pokémon gesehen, die man ganz normal in den Spielen Diamant, Perl und Platin finden kann. Wir wissen natürlich nicht, wie viele Pokémon es letztendlich in diesen Spielen zu finden gibt, aber zumindest die Starter-Auswahl lässt darauf hoffen, dass es mehr als die 151 aus Diamant und Perl oder die 210 aus Platin sein werden. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, wäre das vermutlich einer der größten Fehler, die man machen könnte. Ihr dürft nicht vergessen, dass dieses Spiel zu einer Zeit spielt, bevor die Sinnoh oder auch irgendeine andere Region wahrscheinlich richtig etabliert wurde. Es befindet sich alles noch in der Entwicklung. Es wäre also abzusehen, dass man Pokémon, die es inzwischen noch in anderen Regionen gibt, hier antreffen könnte. Es gibt genug Tierarten in der echten Welt, die ihren Ursprung nicht in ihren jetzigen Lebensraum haben. Einfach, weil sie sich vielleicht umgesiedelt haben oder die Welt zu der damaligen Zeit noch komplett andere Umstände geboten hat. Was spricht dagegen, in den Wäldern der Spiele Sesokids und Chroniowild anzutreffen? Pokémon wie Krebskorps oder Mushas, welche man erst nach Erhalt des Nationaldecks und der Superangel in den originalen Spielen finden konnte, könnte man ganz normal für den Spieler zugänglich machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, Pokémon, an die man erst später rankommen könnte, oder komplett neue in die Region einzubauen. Und nicht nur das, dieses Spiel ist die perfekte Vorlage, Regionalformen von später eingeführten Pokémon einzubauen. Regionalformen sind inzwischen ein fester Bestandteil der Pokémon-Reihe geworden, aber für einige fehlt mir dann doch irgendwo der passende Kontext. Prinzipiell habe ich kein Problem damit, altbekannten Pokémon neue Formen zu geben, aber manche wirken auf mich einfach erzwungen, um irgendetwas Neues zu gestalten. Und es gibt auch einige, die sich wünschen, dass diese Regionalformen in den Remakes vorkommen sollten, aber ich persönlich finde, dass die dort irgendwo schon ein bisschen deplatziert wären. Aber in Pokémon-Legenden wäre es einfach perfekt. Es könnten so viele Pokémon aus Generation 5 bis 8 neue Formen erhalten, bevor sie sich in ihrer jetzigen Region niedergelassen haben. Natürlich könnte man auch Pokémon aus früheren Generationen eine neue Form in diesen Spielen geben, aber zum einen kommt man in den Originalen sowieso an den Großteil dieser Rand, was es für mich einfach unpassend machen würde. Und zum anderen wäre das nur eine Vorlage für Game Freak, noch mehr Generation 1 Pokémon neue Formen zu geben. Und ich schwöre euch, wenn ich noch ein weiteres Mautzy sehen sollte, fange ich glaube ich an zu kotzen. Irgendwo bezweifle ich allerdings, dass die Regionalformen dieses Spiel einbauen würden, einfach da es sich bei Legenden mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein Spin-Off-Spiel handelt. Und ich schätze Game Freak so ein, dass die neuen Pokémon nur ein neuer Ableger der Hauptreihe einbauen würden. Ich persönlich bin aber auf jeden Fall dafür, da ich glaube, dass man durch diese Entscheidung dem Spiel wesentlich mehr Charakter geben würde. Und außerdem könnte man dafür sorgen, dass das Spiel mit wesentlich mehr Leben gefüllt ist. Denn eine Angst, die ich und viele andere auch haben, ist, dass dieses Spiel mit einfach nichts gefüllt sein wird. Es ist offensichtlich, dass man versucht, sich an Breath of the Wild zu orientieren und das ist erstmal auch eine gute Sache. Das Spiel ist fantastisch und auch mein Lieblingsspiel auf der Switch. Es hat so viel für den Spieler zu bieten und man kann sich in dieser Welt komplett verlieren, wenn man sich denn darauf einlässt. Aber das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen. Ja, Breath of the Wild hat es geschafft, diesen schmalen Grat zu wandern, aber wenn Game Freak das auch tun will, dann müssen die sich richtig Mühe geben. Es reicht nicht, sich ein Spiel anzugucken und zu sagen, oh ja, voll geil, das will ich auch machen und am Ende kein richtiges Konzept zu haben, wie man es dann am Ende umsetzen möchte. Ich will natürlich nicht sagen, dass das hier der Fall ist, aber man darf nicht vergessen, dass diese Möglichkeit besteht. Vor allem, da ich so viele Ideen habe, die man in dieses Spiel einbauen könnte. Wir bekommen im Trailer nur einen kurzen Blick auf die Anfangsstadt und wir haben auch noch nicht besonders viele Informationen darüber. Aber was ich mir vorstellen könnte, ist, dass diese Stadt nicht nur der Ort ist, an dem man sein Abenteuer beginnt, sondern auch als eine Art Basis fungiert. Ich fände es schön zu sehen, wenn man sich seinen Fortschritt im Spiel dafür sorgt, dass diese Stadt immer weiter erblüht, mehr Bewohner bekommt und man auch neue Areale freischaltet. Ich stelle es mir in einem ähnlichen Konzept vor, wie es auch die klassische Digimon World Reihe angeht. Dort bringt man die verschiedensten Digimon dazu, in dein Dorf einzuziehen und diese schalten dann neue Dienstleistungen und Vorteile für den Spieler frei. Das verleiht dem Gameplay nochmal eine neue Facette und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es zu der damaligen Zeit noch nicht besonders viele große Städte in der Sinnoh-Region gab. Es könnte sich hierbei um das frühe Jubelstadt handeln, da es die größte Stadt in Sinnoh ist und auch lore-technisch ziemlich gut passen würde. Jubelstadt ist die größte Stadt in der Sinnoh-Region. Die gesamte Stadt wurde auf Land gebaut, welches von den Bürgern der benachbarten Stadt Erzelingen aus einem Berg gemeißelt wurde. Jubelstadt ist die meist modernisierte Stadt in der Region und laut dem Anime die größte Stadt in Sinnoh. Es ist die sechstgrößte Stadt in der Pokémon-Welt. Die Stadt kann aus allen vier Richtungen erreicht werden und hat ein Tor, welches sich am Westeingang befindet. Jubelstadt erfüllt alle Voraussetzungen, um so ein Feature einzubauen. Es ist die größte Stadt der Region und es wäre doch perfekt, dem Spieler zu zeigen, wie sie dazu geworden ist. Sie wurde aus einem Berg gemeißelt und wir könnten genau diesen Aufbau mitverfolgen. Außerdem ist sie aus allen Richtungen erreichbar, was sie zu einem perfekten Standort in so einer Art Spiel macht. Natürlich wissen wir nicht, um welche Stadt es sich handelt. Es könnte eine komplett neue sein oder auch einfach nur einen anderen Namen tragen und dann spielt das die Jubelstadt umbenannt werden. Ich würde mich einfach nur sehr freuen, wenn man mit seiner Umgebung richtig interagieren könnte. Denn ja, wir haben bereits gesehen, dass die Pokémon frei herumlaufen und wir gegen diese kämpfen und sie auch fangen können. Aber vielmehr wissen wir nicht von dem, was man in dem Spiel machen kann. Es gibt verschiedene Leaks, nach denen man angeblich durch die Lüfte fliegen, an Bergen steigen oder auch auf Pokémon reiten kann. Davon wurde natürlich noch nichts bestätigt, aber ich finde es sehr wichtig, dass man die Region auf verschiedene Art und Weise bereisen kann. Gerade wenn es darum geht, den ersten Pokédex zusammenzustellen und die Pokémon in ihren natürlichen Habitaten anzutreffen. Aber auch, weil der Gedanke daran, einfach nur Pokémon für den Pokédex zu fangen, ziemlich langweilig klingt, oder? Ich meine, was genau soll ich in dem Spiel denn machen? Arenen wird es vermutlich nicht geben, da wir bereits wissen, dass das Konzept eines Trainers zu der damaligen Zeit nicht existiert hat. Und einfach nur durch die Region zu reisen und den Pokédex zu vervollständigen, klingt für mich nicht nach etwas, was mir langsam Motivation bieten würde. Aber für mich gibt es dort eine relativ leichte und auch sehr offensichtliche Lösung. Sidequests. Eine Menge Sidequests. Spiele wie Monster Hunter oder auch Witcher bombardieren den Spieler mit Aufgaben, damit man auch wirklich einen Grund hat, die Spielwelt zu erkunden. Und es wäre eine Schande, dies nicht in dieses Spiel einzubauen. Bring mir dieses Item, finde meinen verschwundenen Sohn oder beschütze mich vor Pokémon XY, während ich meine Lieferung mache. Ich denke, wir wissen alle, wie Sidequests aussehen. Vor allem, da in vielen Spielen einfach auch sehr ähnliche vorkommen. Es ist nur sehr wichtig, wie diese aufgebaut und im Spiel implementiert werden. Klar könnte es eine Mission geben, in der man die Ernteilen des Bauern vor Flug und Nagapogun retten soll, aber einfach nur einzeln gegen jedes einzelne von diesen anzutreten, wäre schon ziemlich langweilig. Dass es auch ein riesiges, problemiges Sonne und Mond hatte, der du verschiedene Aufgaben hattest, aber jede auf Besieg dreimal Pokémon XY runtergebrochen werden konnte. Und wir haben im Trailer bereits gesehen, dass das klassische Kampfsystem existiert. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch ein interaktives Kampfsystem in gewisser Situationen einbauen könnte. Ich stelle mir ein ähnliches Kampfsystem wie in Ninokuni vor. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, ich spiele sehr viel mehr Spiele als nur Pokémon. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Kämpfe oder auch nur bestimmte Missionen gibt, in der man mit der Umgebung interagieren kann und kein klassisches, rundenbasiertes Kampfsystem hat. Aber bei Ninokuni ist das Interessante, dass man dort nicht nur die Monster, sondern auch die Charaktere steuert. Man kann zwischen diesen frei hin und her wechseln und man muss versuchen, einen Überblick über die Situation zu behalten und die richtige Taktik zu finden, um den Kampf für sich zu entscheiden. Es wäre vermutlich etwas runtergebrochen in Legenden, da ich mit Zweifeln erst mal uns mit drei Pokken auf einmal kämpfen lassen würde. Auch wenn ich die Idee ziemlich nice finde. Aber allein die Möglichkeit zu haben, mit meinem Pokémon zusammen verschiedene Aufgaben zu bewältigen, klingt für mich einfach fantastisch. Der Charakter ist auch dazu imstande, eine Dodge Roll auszuführen. Und es könnte noch so viele andere Optionen mit dazu kommen. Aber wozu soll eine Dodge Roll gut sein, wenn die Kämpfe nur rundenbasiert sind? Ja, man könnte damit vielleicht einem wilden Pokémon ausweichen, welches einen angreift und man sonst im Kampfbildschirm landen würde, aber das wäre doch etwas unnötig einzubauen, oder nicht? In Persona 5 gibt es auch die Möglichkeit, den Gegner für einen Gegenschlag auszuweichen. Und es handelt sich auch hier bei einem rundenbasierten Spiel. Aber es ist auch kein Open-World-Game. Und ich würde es in einem Open-World-Game mit dem Stil, den Pokémon-Legenden zu haben scheint, doch sehr deplatziert finden. Aber Sidequests alleine reichen nicht, um dem Spiel den gewissen Reiz zu verleihen, den es nun mal braucht. Und ich denke, wir sind uns alle einig, was eingebaut werden muss. Bosskämpfe. Es gibt tatsächlich einige Möglichkeiten, wie man diese einbauen könnte, aber ich bitte nicht finde, dass Pokémon sich bereits die perfekte Vorlage dafür selbst gegeben hat. Sie sollten einfach wie die Herrscher-Pokémon in Sonne und Mond sein. Ein unglaublich starkes Pokémon, welches in diesem Fall vielleicht auch verschiedene Statuseffekte herbeiführen kann und auch Mitstreiter in den Kampf ruft. Es wäre perfekt und genau für solche Kämpfe würde ich mir wünschen, dass man mit mehr als nur einem Pokémon auf einmal kämpfen könnte. Zum einen könnte man dadurch dem Gegner direkt mehrere Möglichkeiten bieten, anzugreifen, ohne dass es mit einem Pokémon zu schwer wird. Und zum anderen würde das bedeuten, dass der Spieler wesentlich mehr nachdenken muss, was er als nächstes tut. Affektivitäten werden wahrscheinlich weiter bestehen bleiben. Aber diese könnte man entweder bei allen oder vielleicht bei ein paar Bossgegnern einfach ausbauen oder dafür sorgen, dass diese nicht direkt beim ersten sehr effektiven Treffer besiegt werden. Beim Mystery Dungeon ist es ja nicht anders. Stellt es euch einfach wie Raids vor. Nur, dass aber in einer gewissen KP-Anzahl nicht automatisch die Schilder aufgebaut werden, egal wie viel Schaden dieser Angriff gemacht hätte. Stellt es euch einfach wie in guten Spielen vor. Wie Dragon Quest, Persona oder jedem anderen gottverdammten rundenbasierten Kampfsystem. Man könnte mit seinem Team so unglaublich viel anfangen. Wofür gibt es ja Attacken wie Akkupressur, rechte Hand, Floracur und Seitentausch. Ja, die sind ganz nett fürs VGC. Aber gerade die Raids in Schwert und Schild haben doch gezeigt, wie spannend so ein interaktionsreiches rundenbasiertes Kampfsystem sein kann. Ja, Raids haben Probleme. Aber das ist eines der besten Dinge, die sie eingebaut haben. Und ich wünsche mir, dass solche Ideen, welche natürlich seit Ewigkeiten in zig anderen Spielen bereits existieren, aber Pokémon prinzipiell 20 Jahre zurückliegt, weiter eingebaut werden. Denn genau durch all diese Ideen und Konzepte, gegen die sich Pokémon seit Ewigkeiten stellt, hat Pokémon-Legenden ein riesiges Potenzial, was nur genutzt werden muss. Aber ich kann so ein Video nicht machen, ohne auf das größte Problem von diesem Spiel einzugehen. Ich habe bereits ein paar Dinge angesprochen, welche ich für eine schlechte Entscheidung halten würde, wenn man diese so in dieses Spiel einbaut. Allerdings ist das größte Problem nicht, über das irgendwer spekulieren muss, da dieses bereits für jeden im ersten Trailer vollkommen ersichtlich war. Dieses Spiel sieht absolut unfertig aus. Es sieht aus wie der erste Ansatz, den man gemacht hat, um das Spiel seinen Vorgesetzten fortzuschlagen. Und man dann erst daran arbeitet, es richtig umzusetzen. Durch erneut hässliche Texturen, welche darauf schließen lassen, dass es auf der Schwert und Schild-Engine basiert, unentschuldbare Framerates der Pokémon und ziemlich fragwürdigen Angriffsanimationen, sieht das Spiel aus, als wäre es gerade mal in der Alpha. Und das bereitet mir Angst. Angst, dass die Möglichkeiten, die dieses Spiel bieten könnte, komplett aus dem Fenster geworfen werden, nur um es zeitlich auf den Markt zu bringen. Mal sieht das Gras recht gut aus, und dann haben wir das. Jetzt mal im Ernst. Was genau wollte man damit erreichen? Das sieht absolut deplatziert aus und passt zu nichts anderen, was man in diesem Spiel bereits gesehen hat. Ich bin auch immer noch verwirrt, ob das Spiel nun neue Modelle benutzt oder nicht. Denn alle Modelle, die man auf der Overworld gesehen hat, sehen eins zu eins aus wie die altbekannten. Aber Feurigel und Otero haben anscheinend neue Modelle bekommen. Zumindest hat Feurigel seine Flammen zurück und Otero hat einen anderen Gesichtsausdruck. Das heißt natürlich erstmal gar nichts und es könnten auch einfach die gleichen Modelle sein, nur mit ein paar Änderungen, aber das sorgt zumindest dafür, dass die Frage für mich im Raum steht. Die Pokémon haben im Trailer auch kaum auf einen reagiert. Der Trainer fängt diese Scheinhocks und das andere macht gar nichts. Es versucht nicht, den Trainer anzugreifen, das andere Scheinhocks vielleicht sogar zu befreien oder zu fliehen. Es steht komplett regungslos da und da stellt sich mir doch die Frage, wird das hier ein Open-World-Game, in dem die Pokémon einfach nur wie in der Naturzone agieren? Denn das stelle ich mir nicht unter einem Open-World-Pokémon-Spiel vor. Pokémon, die sich nur in einem bestimmten Bereich bewegen und ganz selten mal welche, die einen verfolgen oder weggehen. Das reicht nicht als Interaktion für so ein Spiel. Viel zu erkunden, aber nichts zu tun und zu sehen zu haben, sorgt nur dafür, dass die Spieler sich vorstellen müssen, was man alles hätte erreichen können, wenn man denn doch die nötige Arbeit dort hineingesteckt hätte. In meinen Augen sollte dieses Spiel nie im Leben Anfang 2022 erscheinen. Vielleicht nicht mal 2023. Ich wünsche mir nämlich, dass dieses Spiel wirklich Erfolg hat. Und Erfolg erfordert Zeit, es erfordert Ressourcen und es erfordert Passion. Denn wie ich am Anfang sagte, bringt es nicht einfach nur irgendeine Idee zu übernehmen, wenn man nicht hinter dieser steht und auch kein bildliches Auge von dem hat, was man am Ende erreichen möchte. Und mir braucht jetzt auch keiner kommen und sagen, das Spiel kommt doch erst nächstes Jahr raus. Da könnte sich noch so viel verändern. Bitte, hört einfach auf, damit sowas zu sagen. Wenn jetzt zu denen gehört, die sowas sagen, dann muss ich euch einfach sagen, dass ihr unglaublich unwissend seid. Was glaubt ihr eigentlich, wie Spielentwicklung aussieht? Im letzten Jahr wird nicht nochmal das ganze Spiel neu aufgelegt. Dabei geht es eigentlich nur um Schadensminimierung. Glitches werden ausgearbeitet und Ecken und Kanten werden abgeschliffen. In den seltensten Fällen wird in den letzten Jahren ein Spiel auf komplett neue Höhen gehoben. Ja, es kommt vor, dass quasi im letzten Moment Designentscheidungen getroffen werden, die ein Spiel verändern. Aber im Kern, und besonders die Grafik, bleibt zu 90% so, wie sie präsentiert wurde. Lichter und Schattierungen werden noch ausgearbeitet, aber hört endlich auf zu denken, dass dieses Aufnahmen-Nicht-Final irgendetwas ausmacht. Wacht bitte endlich auf! Und ich bin auch davon überzeugt, dass diese Spiele zu 100% nicht verschoben werden, egal ob sie designtechnisch ein Disaster sind oder nicht. Und warum? Geld natürlich! Pokémon Legenden gehört mit den Remix zur Neuauflage der 4. Generation. Und das kann man ja nicht verschieben. Die Werbung lässt man sich ja nicht nehmen. Und je mehr man dies nach hinten verschiebt, desto mehr gerät die 9. Generation im Verzug, welchen wir nebenbei spätestens 2023 erhalten werden. Ich behaupte nebenbei sogar, dass die 2022 noch im selben Jahr rauskommen werden. Und das wäre einfach traurig. Denn ich glaube, dass man aus diesem Spiel unglaublich viel rausholen könnte, wenn man ihm denn die Aufmerksamkeit schenkt, welches es denn wirklich verdient. Und ganz ehrlich, welche auch wir Fans verdienen. Die Fanbase braucht diesen Erfolg. Ich brauche diesen Erfolg! Ich will nicht jedes Jahr aufs Neue mit halbherzig hingekotzten Spielen abgewürgt werden. Ich will nicht sagen müssen, dass das Spiel ganz okay war und man Spaß daran haben kann, wenn man Pokémon-Fan ist. Ich will gute Pokémon-Spiele haben! Das möchte ich von Legenden haben. Dass es einfach ein gutes Spiel ist. Mehr nicht. Aber teilt mir dazu auf jeden Fall eure Meinung in den Kommentaren mit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss! Wir sehen uns beim nächsten Mal.